Ja, hallo? Hallo? Guten Tag, Daniel Tager vom Vertriebspartner der Mastercard. Dimitri Sukhoff hätte ich kennengeschprochen. Ja, einen kleinen Moment bitte. Ja. Ja, Sukhoff, hallo. Also spreche ich mit ihm einmal Sukhoff, Dimitri, oder? Ja, hier ist Sukhoff, ja hallo. Ja, wunderbar. Daniel Tager vom Vertriebspartner der Mastercard. Ja, ich habe Sie heute angerufen, um zu sagen, dass Sie die neue Mastercard in Gold zahlen, also in den nächsten Tagen für Post erhalten, ja? Können Sie ein bisschen langsamer reden, man kann es schlecht verstehen. Also Sie bekommen eine Mastercard in Gold zu zahlen, also in den nächsten Tagen für Post, ja? Okay. Also mit diesem Kredit von bis zu 7.500 Euro. Ja. Mit der Karte könnten Sie dann auch überall einkaufen, also Bestellungen tätigen, Bargeld abheben und diese Karte ist Sukhoff und bonitätsfrei. Krass, krass, das ist scheiße. Wie bitte? Krasse Scheiße, Mann, geil. Mhm. Okay, wunderbar. Sie sind in der Heimannstraße 67, oder? Ja, richtig, richtig. Und was kostet es, was kostet? Ja. Also Sie bekommen drei bis vier Werke an diese Karte, da werden Sie keine Jahres-, keine Monats-, keine Bearbeitungsgebühren zahlen, ja? Ja, ist das für das erste Jahr dann kostenlos. Wie bitte? Ist das für das erste Jahr dann kostenlos? Fünf Jahre ist die Karte dann gültig. In diesen fünf Jahren zahlen Sie keine Jahres-, keine Monatsgebühren, keine Bearbeitungsgebühren. Das ist geschenkt. Was auf Sie zukommt? Ja, was auf Sie zukommt, Herr Sukhoff? Ja. Ja. Werte Karte, die Ausgabe gebühren, das werden Sie aber einmalig also zahlen von 98,90. Wie viel? Und wenn Sie die unter 98,90 zahlen Sie einmalig, ja? Ja. Können Sie mir eine Kontonummer geben? Welche Kontonummer brauchen Sie? Ja, von Ihnen. Das kann ich ja schicken. Nein, das machen Sie nicht. Das zahlen Sie per Nachname. Und wenn Sie die Unterlagen bekommen, wenn Sie nochmal alles durchschließen, haben Sie 14 Tage Widerlospflicht, ja? Okay. Und was ich mache, ich mache noch eine kleine Zusammenfassung hier. Dauert 30 Sekunden, dann sind Sie nämlich los, ja? Ich will Sie doch nicht loswerden. Wie ist das denn mit, wenn man Krediert nimmt, ja? Wie wird denn ablaufen? Das heißt, auf jede Summe haben Sie fünf Jahre Zeit, das Geld zurückzuzahlen, ja? Auf fünf Jahren? Ja. Und was muss man für Zinsen bezahlen bei den fünf Jahren? Sehr, sehr geringen. Ja, wie gering sind Sie denn? Es hängt ab von der Summe, was Sie nehmen. Aber wie gesagt... Wie viel muss ich geben? Steht Ihnen dann nochmal alles in den Unterlagen? Ja, aber Sie sind doch Berater, die müssen Sie mir doch sagen. Ich bin doch für die Karte zuständig. Ja, du musst ein bisschen was wissen, wenn du diese Leute was verkaufen musst. Ich verkaufe gar nichts. Ja doch, die Karte kostet ja Geld. Ja, die Karte kostet ja Geld, aber ich verkaufe ihn auch gar nichts. Ja, wie heißt eure Firma? Ich nenne mich von MasterCard. Ja, aber die Firma, dass die Karte von MasterCard kommt, habe ich verstanden. Wir haben eine Schule in Russland, aber wie heißt deine Firma? Meine Firma heißt 4D Marketing. Siehst du, war es so eine schwierige Frage? Nee. Was muss man für Schulabschluss haben für die Arbeit bei euch? Ja, was muss man... Was haben Sie noch für welche Fragen? Soll ich dir vorlesen? Ich habe viele Fragen. Ja, also lesen Sie mal durch. Ah, soll ich... Willst du mitschreiben oder? Aber damit Sie Bescheid wissen, Ihr Gespräch wird gerade aufgezeichnet. Ja, sie ist illegal. Wegen unserer Sicherheit. Genau, weil irgendwas, wenn passiert sollte, bekommen Sie ja die Polizei mal auf den Hals. Ja? Was sollte denn passieren? Ja, lesen Sie einfach, stellen Sie mir mal die Fragen. Ich weiß nicht, ob ich sie beantworten kann. Ja, aber... Weil ich habe keinen Schulabschluss, deswegen... Hast du nicht? Das tut nicht so leid. Nee, habe ich nicht gemacht. Mhm. Kennen Sie den Herr Maulwurf? 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 Nein, wer ist das? Und Sie kennen den Maulwurf nicht. Den Maulwurf? Was wollen Sie mir fragen? Ja? Ja, kennen Sie den Maulwurf? Nein, was ist Maulwurf? Meinen Sie von Simpsons? Kennen Sie einen Maulwurf? Meinen Sie Maulwurf von Simpsons? Mit Homer und Bart oder was? Äh... Ich sage Ihnen jetzt was. Wenn das Gespräch jetzt aufgezeichnet wird, ja? Ja. Poliere ich den Mörder auf die Fresse. Kapierst du das? Was? Wie redest du mit mir, Mann? Ich rede mit ihm. Nicht mein Problem. Wenn Sie das Gespräch jetzt aufmachen, komme ich, poliere ich mal die Fresse. Erstens. Zweitens. 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 Ja? Kennen Sie den Maulwurf? Ja, Maulwurf. Hallo Herr Maulwurf. Was willst du, Mann? Was wollen Sie von mir, Herr Maulwurf? Du hast mich angerufen, Zuka. Was ist dein Problem? Ich habe dich angerufen. Ich habe Sie angerufen, aber Sie wollen mich verarschen, oder? Wer will ich erwähnen, verarschen? Mit einer scheiß Betrügerfirma aus Bulgarien, Mann. Betrügerfirma. Bulgarien. Wunderbar, Sie Russe. Sie sind keine Russe, Sie sind Maulwurf. Ich bin kein Maulwurf. Aus Zweiten Weltkrieg, oder? Was willst du mit Zweiten Weltkrieg? Wir haben kaputt gemacht. Was haben Sie kaputt gemacht? Wir haben gewonnen. Was haben Sie gewonnen? Den Krieg, Mann. Welchen Krieg? Den Zweiten Weltkrieg. Den Zweiten Weltkrieg. Wissen Sie wann war der Zweiten Weltkrieg? Wissen Sie das überhaupt? 39 bis 40, Suka. Ja, aber was haben wir jetzt, Herr Maulwurf? Was sagst du immer Maulwurf zu mir? Wann war der Erste Weltkrieg? Zeig mal, was hast du bei der... Herr Maulwurf. Ich habe keinen Schulabschluss. Ich habe keinen Schulabschluss, Herr Maulwurf. Ja, wann war der Erste Weltkrieg? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Schule kenne ich nicht. Ich habe keine Schule. Wie heißt der Bundespräsident? Wie heißt der Bundespräsident? Wie heißt der Bundespräsident? Hier bin Matke. Ariyabki. Verstanden? Nein, habe ich nicht verstanden. Verstehen Sie mich, Herr Maulwurf. Also ich sage dir eins. Wenn so meine Gespräche aufgehen werden, komme ich dir persönlich. Poliere dir mal die Fresse. Ja, wohin willst du denn kommen? Sag mal. Interessiert sie nicht. Ich werde sie kennengelernt. Kannst du bitte Deutsch mit mir reden? Kennengelernt? Nee, 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 nee. Ich kann kein Deutsch. Ich bin aus Russland. Russland. Ja, Russland. Wie heißt unser Präsident, Blatt? Hashimi, Kiting. Ja, Gesundheit. Gesundheit. Geht ihr Nasen weg. Gesundheit. Zucker. Zucker. Sagt die Mami, wer ein Zucker ist. Ja, das weiß ich. Weil du hast sie auch angerufen und versucht sie zu verarschen. Sie sagt auch Zucker. Ich habe sie angerufen. Ja, ja. Hast du meine Mutter angerufen, Player? Natürlich. Ja, und dann hast du bei Gewinnspielen mitgemacht. Du hast ein Ziege bekommen. Gewinnspielen? Sollen wir dir die Ziege schicken? Was? Was für ein Affe sind sie? Ich bin Dimitri. Und wie war dein Name? Peter Scholl? Oder irgendein scheiß Fake Name? Peter Scholl. Fake Name. Ja. Bruder. Du hast wirklich Probleme. Was ist das, Bruder? Bruder. Glaubst du an Gott, Mann? An Gott? Wer ist das? Ja. Ah, okay. Herr Maulwurf. Herr Maulwurf. Hast du ein Herz? Oder bist du ein Herz? Herz. Herz, Herr Maulwurf. Hast du Wein, Herr Maulwurf? Was habe ich? Wein? Ja. Ja, wir haben Wein. Aber nicht für kleine Kinder ohne Schulz. Nicht für kleine Kinder. Bruder. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ja, ich liebe dich, Mann. Vollidioten wie sie. Braucht die Welt, ja? Ja. Schön, sag noch. Ich liebe dich.